Ich habe sie gefunden! Sie sind hier oben! Sei vorsichtig, Javi. Ich fuhr in die... Oh, hallo, Trip. Er war immer außerhalb, als wir auf die Entrenzen kontrollierten. Die Muertos waren überall. Wir haben ihn nur in der Zeit bekommen. Wir lassen ihn in. Es gab so viele Muertos da draußen. Danke, Gott, du bist okay, Mann. Ich hatte Angst. So, jetzt krieg ich erst mal voll einen in die Fresse. Ja, über das. Ich werde dich nicht in die Türen knacken. Doch ich habe alles richtig. Wirklich? Ich dachte, du würdest ein bisschen zu kämpfen. Oh, ich liebe nichts mehr, aber... ... ich kann... ... das schlussige Gefühl, das ich habe. ... wie ich... ... standen in Schoen, die nicht ganz fit sind. Du wählst mich, um zu sterben. Und... ... was jemand anderes getan hat. Ich sitze nicht richtig. Nicht nur ein bisschen. Ich weiß nicht, was ich dir erzähle, Mann. Es war... ... verbrannt. Kein Wunder. Lass mir doch erklären, warum ich es getan habe. Oh. ... 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